Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer Folge Night of Dead. Und jo, wir haben die erste Welle überlebt, wir haben ein bisschen Farmen, ich habe ein bisschen Offscreen gefarmt, damit wir ein bisschen vorankommen, denn bald ist die zweite Welle am Start und ja, es wird immer schlimmer werden, also sollten wir uns darauf ja schon ein bisschen vorbereiten. Aus diesem Grund bauen wir hier jetzt mal das Forschungsteilchen, erstens, weil man dafür die schöne Story brauchen und aber, weil es einen Teil gibt, das wir auch brauchen. So, wir bauen die Melee-Waffe-Pandle, die bauen wir auf alle Fälle. Wenn ihr hier schaut, das ist echt cool, wenn man hier die, hier habe ich jetzt hier reingesteckt, wenn man die Forschungsmaterialien rausnimmt, kann man hier skillen, wie ihr seht. Und wenn ihr genau schaut, ich will auf alle Fälle bis hier hinkommen, denn hier kann man dann Waffen bauen. Aus diesem Grund fangen wir gleich damit an, dass wir das mal bauen hier. Was haben wir da noch? Wir könnten natürlich Zombiejäger werden oder besser gesagt, leichter jagen. Da erhöhen wir uns den Schaden, das ist sicher mal nicht schlecht. Und die Materialien haben wir ja. Ein paar Stunden haben wir auch noch, bis es losgeht. Also ein Zombie machen wir auf alle Fälle. Jagd auf menschlich Menschen, okay. Hier gibt es in dem Spiel auch Menschen, ne? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Also, Zombies waren auch mal Menschen. Aber ihr wisst, was ich meine. Heilung durch Gegenstände bis 50%. Oh, ja. Okay. Was hat denn der Spaß? 25. Moment. Sprungausdauer. Okay, ich denke mal, die meinen Ausdauer insgesamt nur hätte ich springen. In Sprint. So, was haben wir da? Schaden plus 3. Fallschaden mindestens. Oh, das ist cool. Das auch. Schnelligkeit, Bewegungsgeschwindigkeit plus 10%. Immer wieder gut. So, das holen wir uns auch gleich. So, wir holen uns auf alle Fälle das da. Und für das Baum nachher 80. Wie ihr seht, die kosten ziemlich viel, aber es lohnt sich auf alle Fälle. So. Hopp. Dann heißt es natürlich, vorbereiten für unsere Zombie Knight. Ich habe mir da schon was echt cooles überlegt. Oder Vogel? Ich weiß nur nicht, ob es funktioniert, aber probieren geht überstudieren, oder? Ich habe Materialien schon vorbereitet. Keine Sorge. Einmal vorbereitet habe ich. Oh, schade. Obwohl, oder? Ja, schade. Geht sie nicht aus mit dem Beulah, hä? Alter, geht sie das gar nicht aus? Das ist aber nicht gut. Also, hier macht das ohne Probleme. Okay. Hier auch, hier auch, hier auch. Hier auch mal. Oh, komm, 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 komm. Wo war das? Komm, komm. Ah. Jetzt heißt es zu dem Punkt finden, hä? Da muss man schräg setzen. Das ist immer so ein... Okay, hier ging es, ist aus. Jetzt aber gern weiter vorne, da bin ich ehrlich. Aber den Punkt werden wir circa nochmal erreichen, wenn es nötig. Oh, 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 oh. Okay. Okay, der letzte Punkt war eigentlich schon recht geil. Muss man den nur noch wieder erreichen. Ja, 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 nein, ja. Da ist es schön mittig eigentlich. Das passt mir recht gut. So. Na ja, ich hätte es gern ein bisschen weiter vorgehabt, aber hey, was nicht ist, ist halt so. So. Ich habe es außer, und falls ihr euch fragt, warum ich die Keule hierher gemacht habe, das heißt, die Zombies kommen hier durch. Werden von hier von der Keule erwischt und werden nach hier gekatapultiert. Der Grund ist, ich möchte hier noch eine nachher hinbauen, sodass die Zombies wortwörtlich von der einen in die andere katapultiert werden. Ob es funktioniert, keine Ahnung. Aber versuchen will ich auf alle Fälle. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Weil jetzt muss ich das natürlich verkleiden. Dafür brauchen wir bearbeitete Stämme und ein Haufen Seil. Okay. Oh, du wirst mich jetzt weit verarschen, dass das nicht geht. Ah, doch. Ja, ja, gut. Auf Gott sei Dank. Jetzt hatte ich schon Sorge. Wie viel kann man da brauchen? Eins, zwei, drei, vier, acht. Ah. Acht. 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 ich auch noch ein bisschen was vor stoffsetzen wo wartende die wieder heißt die waren hier so 32 immer gesagt 50 so dann was ich noch in mir rausgesucht habe was ich gemacht und will dies ist mein territorium darum steht auch hier meine flacke und die ist blau sollten wir von jetzt an immer her finden logischerweise das heißt wir brauchen jetzt noch ein bisschen seilchen wir haben jetzt dafür fünf 15 15 das heißt wir brauchen 30 seile ist noch 25 seile gut 25 seile so jetzt haben wir mal 25 also 30 stück genau es wird langsam nacht müssen sie es langsam beilen oh ja das wird lustig wenn das teil aber richtig schön herum kracht also ich glaube nicht dass ich beim kittner vorbeikommen bin mir zwar nicht sicher aber ich sage einfach mal so hier mache ich mir noch ein paar sorgen aber hier scheint auch gut zu funktionieren ok das ist super alter das ist perfekt doch ja ja da setzen wir noch einen hin da snappt man noch einen hin ok ja perfekt ich denke jetzt könnt ihr euch schon mal ein bisschen vorstellen also das wird der gang da kommt noch einer und ich will es dann auch so bauen dass wenn wir hier oben auf dem dach sind und hier runter gehen können auf die waffen drauf also sprich dass wir die waffen oben laden können ob das funktioniert das kann jetzt auch noch nicht sagen den muss man noch bauen habe ich auch schon vorher ausgesucht das ist so ein neues tool mit dem kann man sachen abbauen sehr viel schneller als mit allem anderen ähm ja ich würde mal sagen das ist schon mal der anfang jetzt heißt es nur am besten noch ein teil davon bauen was kostet denn das teil noch mal ja gut die matzern mir ziemlich egal das einzige was mir so gemacht ist das da also vier mal ist nur das holz und fünf nägel ok das bauen wir einfach mal vor und dann sehen wir ja eh was draus wird so fünf nägel vier mal holz oh ich hab kein holz mehr ja klar na so alter jedes mal wenn das wenn ihr sie hört ist denke ich mir jedes mal da geht irgendwo eine tür auf und wir kriegen probleme nein wir brauchen holz nicht beraten das holz machen wir 20 davon wir brauchen die sich öfters so jetzt dann müssen wir noch so eine fallmaschine bauen äh eisenbahn haben wir kupferdraht haben wir auch plastik haben wir auch das ist kein problem das zahnrad ok das wird problematisch oder nee wird auch alter bingo leute so wir brauchen kupferdraht und plastik das war in dieser drohe war das zeug kupferdraht, plastik, plastik so bauen wir dann mal fünf so das heißt ich würde davon aber schon mal zwei bauen äh zwei alter das wird heute dann ja schon in der nacht abgehen das wird richtig lustig schade dass es die wände nicht mit aus mit so einem loch in der wand gibt ich würde gern so so hier so mäßig stehen und gucken wie sie halt wortwörtlich erledigt werden so äh jetzt muss ich dich ja drehen weil ich will dich ja hin und her kicken lassen jetzt sollst du an dem teil der snappen warum warum snapst du snapst warum snap dran ja bist du hoffentlich dran gesnapt ich glaube hast du dran gesnapt ja so ziemlich so ziemlich perfekt so dann bauen wir wieder jetzt brauche ich wieder eine seile äh wir brauchen davon jetzt sechs stücke noch mal sechs mal vier ok wir brauchen wir jedes mal das heißt wir brauchen da auch noch ein paar kein problem haben wir noch vier stunden erst das wird hin schaffen alles das wird hin schaffen mit dem puren horror für die zombies bis so machen wir jetzt da haben wir dann 16 24 brauchen wir das heißt man muss noch abbauen und dann brauche ich noch ein bisschen seil ja da brauchen wir jetzt auch noch ein bisschen seil so ich glaube wir haben alles das mal wieder brauchen da ich glaube wir haben alles das mal wieder brauchen jetzt bist du mir jetzt nachher leid ich glaube das wird richtig übel für die werden egal die anderen waffen waren schon jetzt haben wir mal zwei waffen zwei mehle waffen gemacht range okay das geht auch noch stachel werfen man könnte ja voll fies sein könnte man nach auch machen überlegen oder links und rechts flammen werfen also so ein bisschen luft lassen es geht geht es nicht ja doch das könnte akzeptabel sein das special alle mit köder knochen volle mine mit stachel versehrter boden fallende stachel falle die stachel fallen herunter wenn zombies den bereich unter der falle betreten wenn sie zombies noch schaffen fallball größerer schaden bei begrenzter reichweite ja gut das kann man nachher noch dazu machen was haben wir dafür holzbrett 1 und nagelkreis hätten wir das heißt immer das da jetzt noch dazu bauen ja okay auch noch mal ein stück nutzt wir nicht wir wollen richtig klacken hier wie wird so richtig das heißt wir brauchen 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 vielleicht fällt mir wieder in den scheiß ein und ich würde sagen wir machen einfach mal 10 nägel erwischen separat die且 hat sich echt gelohnt also wenn echt Kill hinbekommen oder ются mit tun hat mich wirklich leid jetzt aber ja so jetzt müsst ihr euch vorstellen die zampfe haben nur die eine chance hier durch zu rennen wir auch aber bei uns lösen sie okay das lösen sie nicht das und jetzt müsst ihr das vorstellen wenn wir da oben besser gerne überlegt sozusagen von hier die treppe runter zu führen und von der anderen seite vielleicht noch und dann hier ran snappen lassen und von da oben wenn wir super laufen und können sozusagen die waffen wieder funktionstüchtig machen wir haben nämlich nur bestimmte zeit was sie wirken danach muss man sie wieder laden so jetzt brauchen wir das hämmerchen denn nun haben die türen hier ausgesorgt auch mal logischerweise nicht mehr gut hier haben wir noch ein bisschen zeit ich würde sagen ich mache jetzt noch bis 23 uhr bis ein bisschen nach 23 uhr eine farmrunde ich hole euch danach wieder dazu wenn die hordnacht beginnt also bis dahin ja so leute da seid ihr wieder es ist fast soweit für die zweite nacht der horde aber wir haben noch ein bisschen zeit ich war noch ein bisschen fahren und weil die hordnacht startet und dauert es ja noch ein bisschen bis sie zu uns kommen da dachte ich wir bauen noch was schönes so und ich habe mir gedacht wir bauen hier was ganz schönes nämlich wir bauen uns aufs dachbuch so ist in die luft sollte es sein so ja genauso so gefällt mir das und vergessen wenn wir nicht dazu fahren das fundament dann mit boden jetzt war meine hoffnung wenn das funktioniert aber wir probieren es aus und jetzt mit boden wird nicht funktionieren oder das heißt wir müssen kontament setzen so dann im boden drauf haben wir hier auch da unten nach einem perfekten ort und hier würde ich mich dann gern rüber bauen sorry mädel ich komme da jetzt wieder rüber los schwebemodus wow ja ok das ist auch eine möglichkeit durch die wand zu klitschen aber hey du musst schon sagen das kommt schon cool eine andere sache wenn wir jetzt hier reingehen werden wir als fundament sehen ok wahrscheinlich auf der anderen seite vor der nacht hat noch nicht gestartet oh von hier auch nicht oh perfekt das heißt wir können alle so tief setzen alle fundamente und können eine schöne gerade ebene schaffen das ganze dach mit gerade ebenen ausbauen also das mit fundamente ausbauen das wird lustig so die wave startet ein paar minuten haben wir noch so nur damit ihr seht was ich meine das ganze gebäude ist hier oben mit dingen ausgekleidet und so wenn wir hier in der mitte sind jetzt hier runter auf den vorsprung da unten und von dem vorsprung geht es auf die waffen ich glaube das könnte recht cool kommen ich glaube das könnte recht cool kommen weil dann sind wir eigentlich im großen und ganzen echt blut safe weil das das haus im endeffekt das innere vom haus möchte ich im großen und ganzen gar nicht bewohnen da will ich nachher nur waffen drin haben also alles was irgendwie schaden macht ob es jetzt eine fallgrube eine mine da gibt es so viele sachen die möchte ich alle hier im haus bauen sozusagen das haus ist im großen im großen ganzen das innere vom haus ist einfach nur eine falle auf das habe ich Bock da bin ich gespannt drauf wie das wird und das macht ja ich glaube ich soll das leben ich köfte es immer noch alley ich würde alles wachen oder doch ich könnte mal wäre es ich könnte mal ich könnte mal mal immer noch ich könnte mal ich könnte mal ich könnte mal Ups, das war die Mauer. Die Mauer geküsst. So. Womit da schon welche? Ne. Novanterer. Okay, doch. Einläufer, habe ich schon gesehen. Wie gesagt, wenn wir jetzt so überlegt, wenn man hier ist, das ist ziemlich mittig. Und von da werde ich halt eine Treppe runter und dann noch runter und dann, wie gesagt, wenn dann mit Treppe oder mit Hängebrücke, also mit was halt möglich ist, das sehen wir dann. So, dann grüßen wir uns mal aus. Oh. Oh. Okay. Wie hast du es geschafft, dass du dort durchgekommen bist? Ah, wahrscheinlich an den Gittern, hä? Ist wahrscheinlich an den Gittern durchgequillaged. Die Fallen kann es nicht sein, sorry. Die werden im Endeffekt ihren Gittern nicht wieder durchquillischen können. Ah, schade. Schade deswegen, weil ich wollte eigentlich die Gitter haben zum Zuschauen, wie sie da so... Ihr seht, was ich meine, oder? Man sieht die Zombies, wie sie reingehen, aber nicht mal, wie sie rauskommen. Ah, hat auch schon mal ausgelöst öfters. Da kommt wieder einer. Da kommt. Da kommt der Nächste. Oh, das ist ein großer. Der wird wahrscheinlich beide überleben. Ich würde mal gern die Falle sehen. Ja, ja. Oh, er hat es nicht geschafft. Das ist so ein Pech, aber auch. Der Nächste, der Nächste, bitte. Ah, die erste Falle ist leer. Die müssen wir nicht nachladen. Komm. Habt ihr das gesehen? Das war übel. Alter, hat es den zerlegt. Da gab es ein bisschen Lot auch, ne? Mal hier. Wenn schon, denn schon, ne? Alter, hat es den zerlegt. Da tut mir ja gerade ein bisschen leid. Da kommt die Nächsten Opfer. Das Nächste baue ich dann da hin. Also nach derer baue ich eine Guillotine hin. Ich glaube, das kommt dann richtig gut. So, zuerst zur Quetsch spüren und dann zur Schnitten. Oh, wieder ein großer. Sehr schön. Komm. Du schaffst das. Komm. Oh. Was? Du hast gefailt. Ich sage, das meine ich im Endeffekt. Wir müssen halt immer wieder nachladen. Du warst noch 19. Du auch. Okay. So, jetzt gehen wir mal kurz die Wand inspizieren. Ja, die lassen es ja beim großen Ganzen in Ruhe, oder? Ja, außer die. Ja. Keiner hat es geschafft. Na ja, hier ist die Lücke etwas größer als drüben. Drüben ist die Lücke einiges kleiner. Einfach nicht. Na ja. Na ja, jetzt seht ihr. Hier ist die Lücke. Na ja, gut. Hier ist die Lücke halt anders. Oh, jetzt kommen wir nicht. Wir laufen aber schneller. Oh, das ist ganz schneller gewesen. Oh. Da kommen wir jetzt aber echt schon vieler, ey. Und das ist erst die zweite Welle. Überlegt mal, wie viele da auf einmal schon kommen. Schaut. Wie da schon liegt. Wie die massiviert werden. Jetzt überlegt mal, wenn da der dritte oder der vierte Tag. Okay. Also, ich sage es mal so, wie es ist. Wir werden da auf alle Fälle die Waffen als nächstes dann weiter upgraden. Ich sage es mal so. Zur Not kann man hier im Endeffekt Stopp machen und dann den Weg hier lang gehen oder so. Oder den Weg sogar erteilen, dass er hier lang geht und dann irgendwann stoppe ist. am einfachen Ende und auf der anderen Seite auch. Und wird nur zum Beispiel hier einen Eingang lassen. Das müssen wir uns ja mal was überlegen. Hm. Ja. Aber egal. Die Welle ist vorbei. Wir haben es überlebt. Die Waffen sind echt übel. Freut mich. Es macht echt Spaß, Leute. Aber das nächste Mal sehen wir uns, da ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Ich werde nämlich noch ein bisschen Farming gehen. Bis dahin wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.